Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Letzter Streik im NRW-Nahverkehr – Schlichtung ab morgen Fortsetzung der Arbeitsniederlegungen im nordrhein-westfälischen Nahverkehr Die Krise im nordrhein-westfälischen Nahverkehr droht weiter zu erheben. Mit keiner endgültigen Einigung in Sicht haben die Gewerkschaften eine Fortsetzung der Arbeitsniederlegungen angekündigt. Berichte weisen darauf hin, dass die Streiks in den kommenden Tagen fortgesetzt werden. Und dies beeinflusst erheblich den Nahverkehr in den dicht besiedelten Gebieten Nordrhein-Westfalens. Quelle, Verkehrsverbund, Rhein-Ruhr. Diese ausgedehnten Streiks haben bereits eine erhebliche Anzahl von Fahrgästen betroffen und schränken die Mobilität von Tausenden von Tagespendlern ein. Die Unannehmlichkeiten für den öffentlichen Sektor und die breite Öffentlichkeit scheinen jedoch für die streikenden Arbeiter ein notwendiger Preis zu sein. Um ihre Forderungen durchzusetzen. Quelle, Gewerkschaft Verdie. Die Hauptforderungen der Streikenden, wie von der Gewerkschaft vorgelegt, umfassen höhere Lohnzahlungen, verbesserte Arbeitsplatzsicherheit und bessere Arbeitsbedingungen. Es wird eine Erhöhung der Löhne um 4,5 Prozent oder mindestens weitere 150 Euro pro Monat gefordert. Quelle, Gewerkschaft Verdie. Die Arbeitgeber auf der anderen Seite argumentieren, dass trotz ihres tiefen Verständnisses und ihrer Sympathie für die Arbeiter die aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen eine solche Erhöhung unpraktisch machen. Quelle, Verkehrsverbund, Rhein-Ruhr. Während der Stopp des Nahverkehrs zunehmend zu einer Belastung für die Öffentlichkeit wird, besteht die Hoffnung auf Vermittlungsgespräche, die eine Lösung für das derzeitige Dilemma bringen könnten. Der genaue Termin dieser Gespräche ist jedoch noch nicht bekannt. Quelle, Verkehrsverbund, Rhein-Ruhr. Es bleibt zu hoffen, dass den Anliegen der Arbeitnehmer angemessen Rechnung getragen wird, gleichzeitig aber eine Lösung gefunden wird, die das bestmögliche Ergebnis für alle Beteiligten garantiert. Ihre Gesundheit und Ihre Sicherheit sollten zu diesem Zeitpunkt von größter Bedeutung sein. Wir fordern alle Fahrgäste auf, alternative Transportmöglichkeiten zu erwägen, solange der Streik andauert. Damit können Sie den Versicherungsschutz für potenzielle Risiken gewährleisten, die mit langen Wartezeiten an Bus- und Straßenbahnhaltestellen verbunden sein könnten. Quelle, Berufsverband der deutschen Versicherungskaufleute. Von Anita Farke, Dienstag, 16. April 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen. Dann Neck auch, ihr est. Geheimnis dir, weinen. Weiteren wir da